Sind wieder auf der Straße. Glück gehabt. Die anderen können nicht mehr weit sein. Na hoffentlich. Bisher hatten wir heute nämlich nur Pech. Die Frau, die aussieht wie ich. Warum wurde sie so behandelt? Wirkt wie ein schlechtes Omen. Aber ich pass auf dich auf. Versprochen. Okay. 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 Außer uns hat sich schon lang kein Tourist mehr hier. Wo kommt das her? Weiß nicht. Was ist das? Komm mal her. Das kann nicht sein. Ich kenne dieses Muster. Das ist meine alte Schaukel. Hier, siehst du? Hey, hey, alles gut, alles gut. Nichts ist gut, sieh doch mal! Diese Sterne da? Die hab ich hier drauf gemalt. Mit meinem Dad. Als ich zehn Jahre alt war. Sicher? Und ob ich sicher bin, das ist meine Schaukel. Was macht die hier? Sieht sicher nur so aus. Nur ein Zufall. Manchmal bist du echt so ein Vollidiot. Das ist kein Zufall. Das ist diese gottverdammte Stadt! Hey, hey. Schau mich an. Schau mich an. Wir gehen durch das. Okay? Together. Dies ist nicht mein Werk. So helft mir doch. Ich bitte euch. Helft mir bevor es zu spät ist. Schweig jetzt. Schweig jetzt, Weib. Nur der Allmächtige kann dir vergeben. Seine Gnade allein kann dich retten. Hört mich an. Ich tat nichts Unrechtes. Diese Puppe, sie ist doch nur ein Kinderspielzeug. Nichts weiter. Ehrenwort! Du stimmst mich nicht um. Wir müssen uns von deinem Übel reinigen. Um uns alle und auch dich vom Bösen musst du brellen. Bitte, Gnade! So haltet ein! Ah! Nein, nein! Bitte nicht! Nein, bitte! Ah! Ah! Nein! Ich bete, Herr, dir die arme Seele unserer Schwester Tabitha. Sie verfiel dem Teufel. Handelt nach eurem Ermessen. Ah! 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 Diese Frau von eben, das war ich. Das heißt, ich bin dein Nächster. Ich pass auf dich auf. Versprochen. Danke. Schön, dass du hier bist. Gehen wir weiter zur Kirche und suchen die anderen. Ja, hast wohl recht. Ich fühle mich verfolgt. Wir werden verfolgt. Hey, verpiss dich gefälligst. Verdammt, verdammt noch mal. Ach du Scheiße, was ist das? Los, schnell! Oh. 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 Oh, oh, 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 oh. Hey! Bist du verrückt? Willst du dich umbringen? Los, hier rein. Hey! Wo ist Angela? Sie hat's nicht geschafft. Wir konnten nichts tun. Machst du Witze? Nein. Und wenn wir hier alle nur herumstehen, erwischt es uns auch. Fuck. Versperrt alle Eingänge, die ihr finden könnt. Mist, wir brauchen eine Barrikade. Wir brauchen eine Barrikade. Hey! Hey! Warum ist dieser alte Kerl immer noch da draußen? Der alte ist nicht mehr ganz dicht. Das kann er draußen gern sagen. Wie weiß, dass du da bist? Wenn du die Ruhe bewahrt und nicht auf ihn geschossen hättest, wäre er wohl längst weg. Er kapiert nicht, in welcher Gefahr wir sind. Komm da raus und zieh mir ins Gesicht! Denk nicht mal dran, da raus zu gehen. Du elendes Arschloch! Du meinst, du kannst auf mich schießen? Komm raus, Feigling! Wir müssen ihn loswerden. Wenn das Biest ihn hört, ergeht es uns schlecht. Hey, ganz ruhig! Ich wollte nur helfen. Hast du es nicht gesehen? Wovon redest du? Hier draußen ist nichts! Das Ding hat schon jemanden getötet! Okay. Erzähl mir, was los war. Es geschah alles so schnell. Eben war unsere Freundin noch am Leben, dann war sie plötzlich fort. Für immer fort. Kommt mir bekannt vor. Bleib hier! Geh nicht weg! Was hast du denn jetzt vor? Hilfe holen! War nicht sehr schlau, mir das mit der Waffe zu verschweigen, hm? Ich fass es nicht, dass du sauer bist. Wir leben noch, oder? Noch leben wir. Aber nächstes Mal erwischst du vielleicht jemanden aus unserer Gruppe. Professor? Andrew! Scheiße! Das war's! Der Pastor, Priester, was auch immer, hat meinen Doppelgänger angeklagt. Klang gar nicht gut. Noch ein Prozess? Diesmal nicht. Aber sie waren auf dem besten Weg. Und das Kind? Mary? Ja, die war auch da. Sind wir hier sicher? Gibt es andere Eingänge? Hab nicht nachgesehen, tut mir leid. Dieses Ding ist noch da. Da drüben! Wir müssen ihr folgen. Wer sie auch ist, sie hat mit all dem zu tun, was hier passiert ist. Und falls ja, was dann? Wenn wir sie stoppen, könnte das unsere Pendants vor Schlimmern bewahren. Okay. Bewacht die Tür, falls das Ding zurückkommt. Das ist. Oh! Kleiner? Bist du da? Diese Worte schmerzen mich, doch deine Bestrafung wird erfolgen für unser Heil und Schutz. Verschont ihn. Ich bitte euch. So schwer es ist, Kind. Eines Tages wirst du es verstehen und mir danken. Geh fort von hier, Mary. Dein Flehen ist vergebens. Du sollst nicht Zeuge in meiner Qualen werden. Wer soll mein Hüter sein, wenn du fort bist? Judge Wyman erwählte Abraham. Er wird dein Hüter sein. Eine Entscheidung, die nicht jeder hier gut heißt. Der jüngste Tag wird kommen über alle. Sprich dein Gebet. Sieh, Kind. Sieh, wen ich verschonen sollte. Sieh, er ist nicht mehr von dieser Welt. Verlorene Seel, der Teufel verleihte diese Kraft. Verlorene Seel, der Teufel verleiht. Fuck! Er war genau hier. Ich hab ihn gehalten. Ich war dabei. Konnte nichts tun. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Mich hat es auch fertig gemacht. Danke. Wir haben es überlebt. Nur das zählt. Warum wollte diese Mary, dass wir den Tod ihres Bruders sehen? Das passt nicht. Wir haben irgendwas übersehen. Und was? Weiß nicht. Als ich Mary sah, kam sie mir seltsam bekannt vor. Mir auch. Als würde ich sie kennen. Aber woher? Da ist es! Das hat uns verfolgt! Es will uns in die Enge treiben! Es ist da draußen. Was machen wir denn jetzt? Leise. Da draußen. Hört. Es ist draußen. Noch. Was, wenn es beschließt, hier reinzukommen? Vielleicht sind wir hier in der Kirche sicherer. Warum? Das ist geweihter Boden. Eine Kirche. Das mögen wir uns doch nicht. Ach so? Also haben wir es jetzt mit Vampiren zu tun? Immerhin ist das hier ein festes Gebäude. Er hat recht. Drinnen sind wir sicherer. Wir bleiben hier. Ich schätze, hier zu bleiben macht schon Sinn, oder? Denkst du, das ist am besten? Wir haben keine andere Wahl. Wir bleiben. Wir sollten weg, solange es noch geht. Das hier ist eine Falle. Keiner von uns stimmt dir zu. Laut Mehrheitsbeschluss bleiben wir hier drin. Wir dürfen uns nicht wieder trennen. Nicht nach der Sache mit Angela. Gut. Okay. Aber wohl ist mir dabei nicht. Ich schätze, dass wir uns nicht wieder trennen. Ich schätze, dass wir uns nicht wieder trennen. Ich schätze, dass wir uns nicht wieder trennen. Das sind mehrere. Na ganz toll. Niemals. Das muss dieser Prediger sein, der hier überall auftaucht. Nein. Ja. Ja. Scheiße! Scheiße! Scheiße, ich bin weg! Schnell! Lauf! Versteck dich! Schnell! Lauf! 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 Wo bist du? Taylor, komm schon! Sag doch was! Wir müssen jetzt was tun! Warte doch mal! Wir müssen ruhig bleiben! Nein! Wir müssen Taylor retten! Daniel! Taylor! Bist du das? Ich kann nichts sehen! Bist du das? Ich bin hier drüben! Ich bin hier drüben! Es ist so schön, euch zu sehen! Hatte schon Schiss! Wir sind doch nicht außer Gefahr! Kurze Pause! Nichts stehen bleiben! Weiter geht's! Nein! Er braucht ne Pause! Vergiss es! Diese Biester jagen uns! Nicht euch! Wir müssen hier weg! Ich sag dir doch! Zusammen bleiben! Und alles wird gut! So wie bei Angela, was? Okay! Wie geht's weiter? Weiß nicht genau! Lasst uns hier eine Weile ausruhen! Du schläfst? Respekt! Schön wär's! Nach allem, was hier abging, kann ich kein Auge zutun! Dabei bin ich total fertig! Eine Idee, wie wir von hier wegkommen? Also... Wir wissen jetzt, dass keine Hilfe kommt! Wir sind allein! Sieht ganz so aus! Der Beste! Vielleicht Einzige! Weg ist, dass wir Mary stoppen! Vielleicht hilft's, wenn wir Mary aufhalten! Klar! Aber was ist... mit dem anderen Kind? Das immer vor uns wegläuft! Mary und sie verbindet irgendetwas, ganz sicher! Vielleicht will das andere Mädchen uns wohin führen! Wohin? Weiß nicht! Vielleicht können wir irgendwo helfen! Fühlt sich alles aus der Kontrolle geraten! Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas tun können! Mary ist der Schlüssel zu allem! Den Verhandlungen! Den Hinrichtungen! Klar! Aber wie sollen wir sie stoppen? Vielleicht ist sie ja nicht mal echt! Jetzt ist es zu spät! Aus! Ende! Was bleibt uns sonst? Das schulden wir uns! Und den anderen! Mary ist der Schlüssel! Ganz sicher! So einfach ist das nicht! Wie gesagt, sie ist nur ein Kind, das ist... Hör mir zu! Wenn wir sie sehen, stoppen wir sie um jeden Preis! Was war das? Psch! 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 Scheiße! Das Wiest will mich wiederholen! Okay! Okay! Warte auf reihe Schussbahn! Komm schon! Es hat uns was! Knall das Biest ab! Habe ich's erwischt? Es ist tot! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh fuck! Nein! 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 Es tut mir so leid! Das kann nicht wahr sein! Nein! Nach dem was beim Museum passiert ist... Wie kann es sein, dass sie hier einfach so rumläuft? Ruhig, John! Bitte hör auf! Es war ein Unfall! Alles ist so abgefuckt! Ich dachte, das Biest kommt uns holen! Scheiß Ding soll keinem mehr wehtun! Das ist so ein Unfall! Schnell! Weg! Schnell! Lauf! Lauf! Schnell! Jetzt warte doch mal! Warte! Andrew, hey! Professor, bist du da? Daniel? Taylor? Hey! Wo seid ihr, verdammt? Mach! Mach's nicht loslässt! Oh! 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 Keine Ahnung, wie wir Star High rausgeschafft haben. Freu dich nicht zu früh. Wir sitzen immer noch in diesem Drecksloch fest. Und diese Monster lauern noch auf uns. Wir müssen weiter. Besser das eigene Selbst besiegen, als tausend Schlachten gewinnen. Dann ist der Sieg dein. Er wird dir nicht genommen. Nicht von Engeln oder Dämonen. Himmel oder Hölle. Vielleicht wird Ihnen ja langsam etwas klar. Dass die Dinge und die Menschen nicht ganz das sind, was sie zu sein scheinen. Drei Hinrichtungen. Drei gequälte Wesen. Und bisher eine verlorene Seele. Angela. Doch wie es scheint, sind Sie sich selbst der größte Feind. Ich habe Sie ja vor der Pistole gewarnt. Schon eine Idee, was noch auf Sie wartet? Versteckt im Nebel. Echt gemein ist, was da kommt.